Ok, wir könnten doch mal so ein E-Sports-Turnier organisieren. Das wäre doch eigentlich ganz cool, sowas gibt es aktuell in Grünbach vor allem auch nicht. Wir haben Teams, vor allem natürlich aus Grünbach dabei. Es sind auch ein paar mit dabei, die aus Bayreuth kommen. Ich komme aus Weidenberg und bin wegen meinem Nachbarn hier, der hier arbeitet. Wir rocken das Ding heute. Ja, wir wollten eben einfach auch nach Grünbach so ein bisschen, nicht nur Kultur, sondern auch Action bringen. Wir freuen uns natürlich, dass hier so viele Leute nach Grünbach kommen. Wir hatten eigentlich über 40 Anwender drin. Also bis jetzt läuft es ganz gut. So die ersten zwei Runden war noch so ein bisschen Emotivität drin. Danach hat sich das alles ein bisschen gelegt. Ja, super organisiert, Alex. Es sind viele gute Spieler da. Wir stehen zum Halbfinale. Jetzt schauen wir mal, was möglich ist. Ja! Die puisquahl ist richtig. Ja, es war sogar so ein bisschen Spaß, ich appearance mich des auch sehr gut. Wir haben ja tatsächlich schon Anfragen bekommen, wann das nächste Team stattfindet.